Ingo, du bist in der letzten Zeit ganz schön frech geworden. Da will wohl jemand Bonus-Content. JBB-Bees, ja man. Achja, ich teste nebenbei gleich mein Mikrofon damit, wenn's okay ist. Ist okay? Okay. Erst dachte ich, dass du ein gesichtsloser Wichser warst. Jetzt denke ich, dass du zu viel Charakter hast. Sag schon, wer hat Bock auf dich? Keiner mag, was du da machst. Du allein bist kund genug, dass es ne uncoole Gruppe gab, du Loser. Du bist kund, dass manche sackten Jolltaten später ab. Du bist kund, es ist kein Spaß gegeben hat. Beim Videotrieb verhältst du dich wie Dreck. Alter, du bist neidisch auf die 5 Takes von Slash. Beim Kraftwerkdreh waren dann alle ohne Kraft am Werk. Als du sagst, uns waren's dir. Die roten Punkte wirklich, werde machen dir auf Ernst. Was glaubt, ey? Ingo, lässt du dich nochmal blicken, was du am Hauptbahnhof enttaubt hätt. Alter, du benimmst dich wie Dreck. Du bringst jeden Satz rüber, als würdest du grad ein, zwei, drei Ticken Witz erzählen. Ich wünschte, ich hätt dich nie in echt gesehen. Nächstes Mal mach ich Runden von Aktiv an, wenn du schläfst. Fuck it, das ist Bonus-Content, Alter. Das ist Bonus-Content, dem man vielleicht sicher klar, mich persönlich nehmen sollte diskutieren. Noch weiter, indem du das Diskutieren erklärst. Letzten Endes war's die Zeit an keinem Wert. Fuck it, das ist Bonus-Content, Alter. Das ist Bonus-Content, dem man vielleicht sicher klar, mich persönlich nehmen sollte diskutieren. Noch weiter, indem du das Diskutieren erklärst. Letzten Endes war's die Zeit an keinem Wert. Das war's.